Hey Leute, herzlich willkommen bei HITKV. Mein Name ist Dominik und cool, dass du eingestellt hast. Hallo Ariel. Schön, dich wiederzusehen. Moin Dennis. Für die Leute, die Ariel vielleicht noch nicht kennen, dann checkt auf jeden Fall unsere anderen Videos, weil da war er schon einmal zur Transformation bei uns. Und heute machen wir Part 2, das heißt, deine Masterarbeiten sind bei uns eingetroffen. Und ich freue mich mega auf das Video, weil ihr als Duo, das Video kann eigentlich nur gut werden. Und ich würde sagen, Dennis hat sich, glaube ich, was richtig Freshes überlegt, so ein bisschen Berlin-Hairstyle. Was es genau ist, das werdet ihr wahrscheinlich gleich in dem Video sehen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und ihr lasst euch inspirieren. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.